So, da sind wir wieder. Da müssen wir mal jetzt gucken was hier auf uns wartet. Ich bin sehr gespannt. Hallo? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich dachte jetzt irgendwie hier so ein Bossfighter oder sowas. Mache die Brücke kaputt. Okay. Huh. Lichtstrahl. Wirft eine explosive Kugel aus Licht. Machen wir auf Y erstmal. Okay. 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 Mal ganz kurz hier. Bisschen leiser machen. So. Okay. Okay. Aber schön, dass wir jetzt Lichtstrahl haben. Damit können wir natürlich den ganzen Schnee verschwinden lassen. Was ist denn das hier? Das grüne hier. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Aha. Okay. 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 Mysteriöser Samen. Okay. Ähm. Schön. Dann haben wir das hier auch. Wunderbar. 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 Da haben wir jetzt schon mal eine neue Fähigkeit, was ich sehr schön finde. Ich will da runter, Mensch. Mutti. Ah. Okay. Ah. Entnutze den Stoßangriff LB mit einem geladenen Lichtstrahl. Moment. Moment. Vent�ilo. McLaren Shields. Die B wird auch noch mal einmal losgeast. ositionle elections. Moment. Moment. ne. Moment. Okay. Moment. 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 das habe ich jetzt schon verstanden aber im moment aber wie komme ich mir jetzt hier ja komme ich hier jetzt nicht mehr weg das ist natürlich jetzt ein bisschen doof oder wir kommen doch noch weg ok ausnahmsweise ich dachte wir sind jetzt hier gefangen ok aus der lichtstrahl kostet natürlich enorm viel an das kennen wir alle schon gehen wir erst mal dahin würde ich sagen probleme sich irgendwie energie ok ich glaube ich dass das ist hier eine andere fähigkeit die wir noch bekommen ich glaube wir kriegen noch die fähigkeit wo wir durch den schnee rutschen können oder kleiden können oder was auch immer ich muss jetzt auch die ganze zeit gucken wo ich gelangen muss wir können jetzt noch mal hier hingehen uri denkt sich kann auch immer mit profis arbeiten es tut mir leid uri okay okay Verpiss doch nicht, mein Herr, der ekligen Viecher, Herr Mal gucken, ob das funktioniert, nein, das funktioniert nicht okay Ja, machen wir es halt so, ne Okay Sehr schön, gullig Erz Ne, das war ein bisschen falsch, hübs, aha, Mutti Ah, Mutti, 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 Mutti Okay, da haben wir das hier oben auch alles Wir könnten an sich jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen Äh, um unsere Heimat ein bisschen aufzubauen Bin gerade am überlegen, ob wir das machen sollen Warte mal, wo ist denn dann wieder ein Portal da, ne Müssen wir natürlich erstmal aktivieren, bevor wir das machen Okay Nein Aber wieso kann ich, hä, warte mal, Moment mal, wieso kann ich ihn jetzt Wie geht das jetzt, hä, du Ich kann jetzt durch Schnee kleiden, okay 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 Hi Hi Nee, ich kann jetzt gerade nicht ans Lagerfeuer Was passiert Okay Ein Windstoß hat mein Lagerfeuer Und ich muss trotzdem mal ausprobieren Das ist schon ein bisschen asozial, ne So, jetzt kann ich ja das Feuer wieder anmachen Ups So Okay Okay, es war ein bisschen asozial von mir, aber man muss ja auch mal hier, ne Zeigen, wer der Babu ist Okay Hör auf damit Damit kannst du mich verletzen und das möchte ich nicht Okay Wie kommt man da hin Müssen wir da mal gucken Okay Jetzt sind wir jetzt ganz kurz mal hier, das heißt wir können ja mal ganz kurz Ähm Ja, ich muss ja mal meine Heimat jetzt wieder finden Mist Aha, aha, aha Das kenne ich Also wenn ich nach einer Party nach Hause komme, dann suche ich auch immer mein Zuhause Hier Dann können wir nämlich schon, äh, was Kleines bauen Was ja auch nicht so schlecht ist, ne Und ich glaube wir haben nur noch zwei Sachen, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken Ich glaube wir haben nur noch zwei Sachen Da machen wir mal die Dego zuerst Die Hütten sind nicht so wichtig Die Dego ist wichtig Ich sehe absolut keine Dego, ne Aber jetzt kommen wir hier ran Oh, das ist eine neue Fähigkeit Okay Moment, 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 Moment Was, Geisterbogenschüsse treffen auch Gegner in der Nähe Ja, ist ja klar, ne Der Geisterbogen soll ja auch Gegner in der Nähe treffen Stehe ich nicht, ist mir zu hoch Aber da wir den Geisterbogen eh nie benutzen Naja, hierher kommen wir noch nie Ich bin halt immer noch auf der Suche nach der Deko Wo ist die Dego? Ah, komische Dego Das ist ja unsichtbare Dego Okay, das heißt Wir können an sich jetzt wieder zurück Mehr wollte ich gar nicht hier machen Da muss man natürlich noch hin Da wollen wir ja hin Ähm, wir haben hier oben noch was Und da will ich noch mal ganz schnell Gucken Das war ja da mit dem Vielen Schnee Und eigentlich können wir ja Durch den Schnee Ähm Latschen Das funktioniert ja Hat man ja vorhin gesehen Wann will ich jetzt nochmal Hä, hallo? Ah, das Spiel kam nee Okay Oder spielt er jetzt? Das Spiel braucht gerade ein bisschen. Okay, töte mich mal ganz kurz. Äh. Ähm, okay. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen am überlegen. Moment. Aua, Mutti. Aua. Ich habe Aua gesagt. Ähm. Bin ich jetzt wirklich gerade am überlegen. Wie machen wir das hier am besten? Hey, wieso kann ich... Oh, Mutti. Warum? Hey, wieso kann... Wieso kann ich mich nicht... Mann. Ich konnte mich jetzt mehrmals daran festhalten. Warum klappt das manchmal nicht? Okay, ich kann mich nur... Kann ich mich nur am aufgeladenen Schuss festhalten? Ich muss mal ganz kurz hier auch ausprobieren. Mann. Euer Stachel nervt, ne? Dann tötet mich doch direkt. Muss ich mal ganz kurz... Also so kann ich mich... Okay, das funktioniert. Hä, jetzt kann ich mir... Wieso kann... Hä? Der Schuss war aufgeladen. Da. Aber der zählt irgendwie... Wieso zählt denn der hier hinten nicht als aufgeladener Schuss? Guck mal, wenn ich den hier schieße, der aufgeladen. Aber wenn ich den da schieße, ist er nicht mehr aufgeladen. Also... Selbst wenn ich den auflade. Guck mal, wenn ich den jetzt nämlich hier auflade. Ist das kein aufgeladener Schuss? Hä? Ah, okay. Sagt dazu gar nichts, ne? Lebenskraft. Wo hast du einen neuen Geistersplit erhalten? Bei mehr als 50% Gesundheit verursachst du Bono Schaden, ne? Ja, okay. Hm, ja. Ja. Hm, ja, okay. Trotzdem finde ich das hier an der Stelle übelst bescheuert, dass der Schuss... ...sich nicht aufladen kann. Ja. Dass es natürlich anders geht, dass... Äh, ja. Natürlich doof. So. Ein bisschen. Ja. Damit rechnet man doch nicht. Mensch. Okay. Okay. das war vielleicht gar nicht mal so schlau von mir ich könnte ich glaube ich kann nicht ich könnte keine bäume fällen ich würde mich genau so anstellen okay ich würde gerne mal hier oben noch mal kurz gucken da oben ist glaube nämlich irgendwas soll ich mal gucken ob ich hier wieder den heck anwenden kann war das die wache ich weiß das ist nicht so geplant von den Entwicklern aber wenn es so funktioniert ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob das ich glaube so ist es halt nicht geplant aber gut warum soll ich das nicht so verwenden welche fähigkeit ist hier haben wir hier eine höhle ok ja und wie es weitergeht sehen wir dann in der nächsten folge bis dahin haut rein und tschüüüüß